Für unsere Tagespflegeeinrichtungen des Paritätischen Bayerns suchen wir motivierte Pflegefachkräfte und Betreuungskräfte. In der Tagespflege ist es so, dass wir die Leute halt einfach ganztägig wirklich begleiten und eben eine Struktur bieten und wir eigentlich den ganzen Tag mit den Leuten zusammen verbringen. Kuchen backen, Kegeln, Sitz-Tanz oder Gymnastik. Kirschblütenfahrt zum Beispiel, Osterbrunnenfahrt und verschiedene auch kulturelle Angebote. Wir betreuen Pflegefälle vom Pflegegrad 1 bis 5. Tova-Tafel, da werden dann Sachen auf den Tisch projiziert und dann kann man da so spielen wie Memory oder bestimmte Sachen zuordnen oder so Ratespiele machen. Es gibt eine Altersvorsorge, ein zusätzliches Bonusprogramm. Das Job-Ticket. Man muss bei der Arbeit sehr empathiefähig sein. Und das macht auch richtig Spaß. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann bewerbt euch bei uns. Wir würden uns sehr freuen.